Musik Es freut uns natürlich sehr, dass Sie heute hier eingeschaltet haben und ich darf Sie recht herzlich begrüßen auf unserer Lechschau. Die Messen bieten ja alles rund ums Leben. Wohnen, Freizeit, bauen, renovieren, ein breites Spektrum des Angebotes, was der Mittelstand in der Region zu bieten hat. Seien Sie uns herzlich willkommen. Die Fetzer GmbH hat heuer wieder jung und alt gleichermaßen mit ihrem vielseitigen Messekonzept begeistert. Man konnte sich dort viele Anregungen holen. Musik Wir holen also gesundes Wasser ins Haus. Der liegt bei uns also 28 Stunden auf der Laserstraße, wird mit Frequenzen bespielt. Wir lösen also den Kalk und den Rost in den Leitungen und verfeinern das Wasser. Silizium brauchen wir, damit wir hier die Informationen, sprich die Frequenzen, auf unseren Ring auftragen können. Wie gesagt, wir geben zehn Jahre von Haus aus Garantie. Musik Also das Problem bei der erneuerbaren Energien ist ja, was tun wir, wenn keine Sonne nicht scheint und wenn keine Wind nicht weht. Dieses Problem haben wir eliminiert, das gibt es nicht mehr. Mit der Hilfe von Cookies Thorn. Das ist eigentlich nichts anderes, wie ein Hybridauto, zusammengekoppelt mit der Haustechnik und dem EVU. Einfach mal kurz ins Internet unter Cookies Thorn reinschauen. Da kann man das wirklich komplett alles sehen. Auch die Flüssigkeit, der Energiefluss. Ein Projekt, wo man anwenden kann, ohne dass man viel Kapital braucht. Eine Energiewende ist Strom produzieren, Autofahrer, Heizer, Speicherung und Management. Und das habe ich geschafft, einen Teil einzeln pflanzen, wo wirklich funktioniert und wo die ganze Welt verändern wird. Auch für den größten Hunger gab es düftige Schmankerl. Musik Ein Highlight für die Kinder war dieses Mal der Hochseilgarten vom Ammersee. Die Kids hatten viel Spaß und schafften immer neue Rekorde in Kistenstapeln. Ich habe nur ein bisschen Angst, gar nicht. Es ist ein guter der Schmankerl. Ich habe nur ein bisschen Angst, gar nicht. Das war es nur ein bisschen Angst. Ich habe auch nicht Angst. Vielen Dank.